Man fühlt sich unbesiegbar, so erging es Let's Dance-Star Christina Hennie bei der Geburt. Thun, Schweiz, Christina Hennie, 34, und ihr Gatte Luca, 29, schweben aktuell im Babyglück. Vor wenigen Tagen kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt. Jetzt hat sich die Let's Dance-Tänzerin zur Geburt geäußert. Man fühlt sich unbesiegbar danach. Und wahnsinnig viel Stolz ist da auch mit drin, erzählt die 34-Jährige in ihrem Podcast Don't Worry, Be Hennie. Und das liege auch daran, dass mit einer Geburt viele Schmerzen verbunden seien, diese Christina aber auf irgendeine besondere Weise als wunderschön empfunden habe. Auch die ersten Tage zu dritt seien eine emotionale Herausforderung für die gebürtige Kirgisin gewesen. Jede Frau, die einmal das Wochenbett gemacht hat, weiß, wie es mir geht. Es ist holprig. Es ist wunderwunderschön, man hat einfach alle Gefühle, die man haben kann, und das einfach mal zehn, berichtet die Neumama. Ein besonderer Dank geht an ihren Gatten. Du hilfst wahnsinnig viel mit. Dadurch, dass ich nicht aufstehen kann, machst du alles. Du bringst mir alles. Du kochst. Richtet sie einen emotionalen Liebesbeweis an den früheren Gewinner von Deutschland sucht den Superstar. Luca Hennie nimmt die Geburt seines Nachwuchses mit. Und auch den 29-Jährigen hat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses mitgenommen. Mich hat es so richtig berührt. Es war eine schöne Geburt und so krass emotional. Zuletzt haben sich beide auch schon auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen gemeldet. Fakt ist, seit ich das letzte Mal hier in die Kamera gesprochen habe, hat sich mein Leben komplett geändert, so die Wahlschweizerin. Der frischgebackene Papa hingegen zeigte sich beim Babyspaziergang mit Kinderwagen und strahlte dabei bis über beide Ohren. Es war der erste Einblick in seine neue Rolle als Familienvater. Es war der erste Einblick in seine Rolle als Familienvater.